Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts FileMix und es geht direkt hier in Agrabah weiter. Der Screen ist in Gefahr und wir müssen uns schnell drum kümmern, dass sie wieder besser geht. Hoppala. Dass sie gekrackert wird. Okay, scheiß drauf, wir haben keine Zeit. Ah ne, da geht es nicht weiter, verdammt. Das ist auch oben lang. Sodass wir den Weg so weit schon mal wissen. So. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Das ist die goldene Frage. Ach ne, jetzt dürfen wir hier einfach langlaufen. Ja, perfekt. Weg. Last Platz. Ich komme! Okay, es reicht, wenn du erscheinst, allerdings. Ist da auch noch einer? Ne. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Aber... Hier geht es anscheinend nicht weiter. Außer es da oben ein Item ist. Wo ich nicht rankomme. Das ist doof. Und dann gehen wir halt wieder zurück. Ich komme! Ah! 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 So, man braucht Hilfe. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal in Adalins Haus rein. Jafar ist also hinter Jasmin und dem Schlüsselloch her. Schlüsselloch? Ich könnte schwören davon schon mal gehört zu haben. Ehrlich, wo? Hm, wo war das noch? Ist nur 200 Jahre her. Wie dem auch so. Wir müssen Jafar aufhalten, nur falls es zu spät ist. Okay. Ähm... Wo geht man... Hauptstraße... Wo geht man denn da jetzt ein bisschen runter? Ich glaube... Vielleicht hier? Ne, das war die falsche Seite. Perfekt. Dann hier. So. Jetzt halt die Frage... Ja, go. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da rüberkomme. Ja. Scheiße. Ach, jetzt ist das schon wieder zu. Das ist irgendwie schon ziemlich scheiße. Ich komme! Von einem anderen gekippt für uns ja nicht. Muss ich schon wieder überlegen. Ich komme! Nicht mit dir erst. Komm schon! Komm! Bürostein. Ja, sonst bleibt nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, oben irgendwo lang zu kommen. Aber da ist... Ach nee, jetzt ist der Weg hier frei. Ah. Hinterhof. Irgendwo wird schon der richtige Weg sein. Dann. Nehmen wir erst mal hier rüber. Und da ist erst mal eine schöne Kiste. Blitzragummi. Und da ist ein Schloss. Und noch eine Kiste. Feuerring. Okay, was macht wohl dieses Schloss auf? Uh, den vorderen Bereich. Das ist very good. Ja, ich glaube, von hier komme ich nicht mehr da hoch. Ja, perfekt. Dann darf ich jetzt wieder trotzdem hier hochklettern. Ja. Und rüber. Ja, geht weg. Nein. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch. Oder, Junge? Zurück in dein Loch, Ratte. Ich verbiete dir, die Prinzessin noch länger zu belästigen. Jasmin! Es tut mir so leid, Aladin. Genie! Hilf, Jasmin! Bitte! Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Huch. Huch. Tut mir leid, Al. Und jetzt? Lebt wohl, ihr Ratten. Zum Angriff. Oh je. Das ist einfach disapiert. Komm schon! Wollt ihr gar nichts mehr. Außer sich das Kiche irgendwie verwandelt. Und dann abhaut. Und extra für diesen Fight darf man einmal im segnen Gebiet. Das ist auch schon cool. Mal weg mit dem Arsch. Und bis jetzt. Ihr seid echt nicht schwer. Der zweite Teil wird deutlich anstrengender. Auf in die Wüste! Kommt! Schnell! Hey, schnell in die Wüste! Keine Zeit zu verlieren. Ich komme! Wo es wohl jetzt hingeht. Wir sind... Es bleibt spannend. So und jetzt sind wir in der Wüste. Was machen wir jetzt hier? Oh! Der Tigerrachen am Eingang der Wunderhöhle wird von den Herzlosen kontrolliert. Zerschläge die Macht der Dunkelheit. Okay. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da hochkommen? Einfach hinten hochgehen. Was ja offensichtlich gut klappt. Au. 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 Okay, Kollege. Soll ich einfach mit irgendwas draufschießen? Oder... Ah. Cool. Zweimal konnte ich es hochkommen. Das geht auch nicht. Müssen wir wohl warten, bis das Ding wieder runterkommt. Oh no. Sollte vielleicht öfter ausweichen. Das mache ich irgendwie nie. Komm mal runter jetzt über deinem Kopf. Yes, genau so. So, einer wird schon mal weg. Und Auge Nummer 2 kommt so gleich. Oh. Oh Gott. Wieso können die eigentlich einfach so hoch springen? Wirklich? Stammt. Weck jetzt. Ich komme! Okay, jetzt wird er nicht mehr runterkommen, oder was? Doch, jetzt kommt er wieder runter. Oder gleich. Aua. Komm schon runter. Ich will nicht fighten. Jetzt ist er runtergekommen. Nein, was wird... Mein Gott, spiel! Wieso sieht doch nicht das andere an? Okay, perfekt. Level up sogar noch. Sehr nice. So, dann können wir jetzt da rein. Perfekt. Rein ins Maul. Oh, in Weißes bringt uns, glaube ich, noch nichts. So viele Vereine, so viele Training. Hoppala. Hoppala. Kommt einfach was runter. Ah, ja, ja. Du bist nicht immer cool, ne? Ja, perfekt. Komm schon! Bam! Ich bin hier. Wow. Immer, wenn man irgendwie runterspringt, wird man angegriffen. Aua. Komm schon! Ja, perfekt. Das ist eine Ratte. So, jetzt aber. Herr damit. Mega Eid rauchen. Und weiter. So, wo sind wir jetzt? Wieder bei so einem komischen Rätselbereich. Ich will aber nicht die ganze Zeit fighten. Ich will weiterkommen. Kann ich mich da hinstellen und dann da hochjumpfen? Ja. Außer ich werde natürlich weggehauen, dann wird das nicht. Aber es geht. Ja, perfekt. So. Nein, komm her. Zack! Ich komme! Okay, doch nur das Öffnen. Danke. Das ist echt das Nerfwechsel. Man kann halt im Kampf das nicht öffnen, im ersten Fall. Das ist so kacke. Ja, wir können reden das jetzt mal. Wir gehen einfach weiter. Wir haben der Tiefe. Ui! Und wir fallen runter. So, denn hier unten müssen wir auch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mehr was. Schauen wir doch mal. Ort der Scheue. Okay. So, untersuchen. Die Solle reicht bis nach oben. Ja, was musste man dann nochmal machen? Ach, draufhauen. Perfekt. Mein erster Wunsch, Genie. Zeig mir das Schlüsselloch. Die Zeit scheint zu eilen. Okay, aber irgendwie kommen wir... Ah ja, stimmt. Das brauchen wir. Da komme ich aber nicht hin. Noch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Jetzt weiß ich es wieder. Man muss diese Dinger da... finden. Dann gehen wir mal da lang. Oh, der Schatten. Das ist auch mal ein Safe Point. Da kommen wir rüber. Was haben wir denn da drin? Hütte. Oh, okay, da geht es nicht. Jetzt hoffe ich da jetzt nicht hin kann, oder? Komm schon, das muss doch gehen. Ne. Doch, schwimmen kann ich auch nicht. Perfekt. Hm. Ja, dann müssen wir halt hier hin. Ne, Quatsch. Ich muss ja gar nicht hin. Aber wir können ja mal da drüben runtergehen. Vielleicht haben wir da irgendwas Spezielleres. Ach ne, jetzt sind wir hier. Dann gehen wir hier wieder rein. Oder nach oben. Dann gehen wir trotzdem mal wieder weiter. Irgendwo muss man da speziell wo runter. Boah, da will ich jetzt schon rüber. Nein. It was a trap. Aber. Das da drüben sieht es auch schon mal vielversprechend aus. So, da haben wir dann schon mal das erste. Und da ist jetzt eine Tür offen. In dem Raum, wo wir gerade waren. Dann gehen wir doch mal da wieder zu hoch, ne? Wie das aussieht. Ist halt die Frage, ich komme da aber glaube ich nicht hin, oder? Ist ja viel zu hoch. Aber vielleicht brauche ich dafür ja Goofy. Warte mal, holen wir mal kurz Goofy ins Team. Die blauen Triotext, die können wir ja auslösen. Mein Gott, Donald. Versperr es mir mein Weg. Gruppe Aladin, tauschen mit Goofy. Bestätigen. So. Das ist halt super nervig, dass man das nicht einfach machen kann, während da jemand anderes dabei ist. Aladin oder so. So, was haben wir denn hier? Ach, nur eine Kiste. Uh. Eine spezielle Kiste. Ich glaube, da ist eine 100 Morgenwaldseite drin. Ne, Blitzragummi. Ah, toll. Also nichts Besonderes. Ja, aber warte mal. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Dann sind wir hier. Huhu. Wie so ein kleiner Weg so einen großen Unterschied machen kann. Verlorene Seite. Was ist dann da drüben? Ach, guck mal. Da ist noch was. Und noch mehr Truhen. Blitzring. Ach, von hier unten, glaube ich, kann ich es nicht aktivieren. Aladin muss helfen. Ja, perfekt. Jetzt habe ich Aladin natürlich nicht dabei. Aber wir wissen ja, wie wir da easy hinkommen. Deswegen holen wir doch mal fix Aladin. Wo geht es denn eigentlich dahin? Raum der Tiefe. Mega-Pozen. Können wir das verschieben? Tatsächlich. Und flupp. Dann gehen wir doch gleich mit runter. Hui. Wo auch immer der Stein auf einmal abgeblieben ist. Einfach weg. So. Sind wir da unten eigentlich schon lang geschwommen? Also hier. Ne. Aber. Ist das der? Ah, da ist der Fels, den wir runtergeschubbt haben. Jetzt ist er hier. Perfekt. Mit Trin. Wo ist denn jetzt der Teil, wo wir Aladin holen können? Ah. Ah ja, genau hier war das. So. Dann. Goofy, sorry. Aber du musst wieder gehen. So, wie war das? Und dann da runter oder so? Irgendwie. Perfekt. Hat der ja gut geklappt. So, und warum muss jetzt Aladin da helfen? Ach, wegen dem Äffchen. Cool. Also eigentlich brauchen wir Aladin nicht, sondern das Äffchen. Perfekt. Ah, da ist noch eins. Meteor Gummi. Aber bisher klappt es doch ganz gut. So, dann machen wir hier den Schalter. Jetzt kommen wir wieder dahinter. Toll. Hm. Was haben wir hier drin? Rotera Kette. So, bin ich da schon hochgeschwommen? Glaube schon, ne? Ja, doch, da waren wir auch schon mal. So. Das ist die Frage. Wie kommen wir da hoch? So, waren wir da drüben schon? Ort der Scheue. Ah ja. Da waren wir auch schon. Weiß ich aber noch nicht, was wir... Was ist das da gebracht hat? Müssen wir mal gucken. Ja. Gehen wir hier mal wieder raus. Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, hier komplett Land zu gehen. Was ist denn da oben? Oha. Ach, das ist eine Kiste. Kiste. Die ich nicht öffnen kann. Halt euch! Feuer! Feuer! Perfekt. Ich komme! Ich muss ja bloß die Kiste haben. Halt doch nicht so hoch. Gönnt doch. Gönnt doch die Kiste. Ach, der gehört niemals die Kiste. Du bist ein richtig klasser Typ. Ich weiß schon. Ich komme! Ich weiß nicht, diese Gegner. Ja, okay. Hörst dich jetzt. Ach, ich will doch bloß die Kiste. Jetzt gib mir die scheiß Kiste. Was haben wir denn da drin? Mitrylerz. Sehr cool. Sehr cool. Aber da waren wir auch noch nicht komplett hinten. Das ist auf jeden Fall wieder eine Kiste. Ich komme! Ich komme! Na, komm. Die zieht später. Ach man, ich will doch bloß die scheiß Altebzorgen. So, her damit. Bitte. So, und was ist jetzt... Nee, geh mal weg. Was ist jetzt hier? Schatzkammer? Hallo, hallo. Da ist auch eins. Und da auch. Äffchen, mach mal. Komm. Huch. Oh. Das ist ja mal nett. Mitrylerz. Perfekt. Was haben wir da drin? Schutzengel. Uh, das ist geil. Dann will ich aber wieder da drüber. Dann was haben wir da? Oh, Welpen. 37, 39. Okay. Dann... Da war ich ja gerade. Was kriegen wir hier? Wieder hochgeschleudert. Boom. Nett. It'sgargummi. Ja, komm, dann laufen wir doch mal da lang. Mühle, der Lichter. Schon wieder dieser Junge. Er ist doch zäher, als ich dachte. Warum erklären wir diesem Riku nicht die Situation? Das wäre bestimmt sehr nützlich für... Moment mal, du bist Malefiz? Jaffa, gib sofort Jasmin frei. Auf keinen Fall. Sie ist eine Prinzessin. Eine der sieben, die den Schlüssel zum Öffnen der Tür besitzen. Zum Öffnen? Der Tür. Aber ihr Narren werdet nie erleben, was dahinter liegt. Genie, mein zweiter Wunsch. Vernichte sie! Oh oh. Genie, nicht! Tut mir leid, Al. Wer die Lampe hat, der bestimmt. Ich hab keine Wahl. Jabba, Kabudabra. He, Jabba, Kabudabra, Kabudabra. Bam! Ja, und jetzt? Tut mir wirklich leid, flieht! Soll ich ihn angreifen? Da ist er viel zu weit oben, oder? Ja. Nimm das! Ja, herzlos! Komm schon! Ich hab auch nicht schön zum Öffnen. Ratsch! Ich spreche diese Sprache nicht. Bei dem alle auch Tränen blühen. Macht zumindest. Aua! Achtung! Aua! Feuer! Entschuldigung, könnte ich hier vielleicht... Ja, Frieden! Hör auf, runter. Feuer! Feuer! Uff! Aua! Hier! Donnerschlag! Na scheiße, ich hab keine Mahner mehr. So, ein Schutzschild. Und runter jetzt! Ich spreche die Sprache nicht, ich komme her jetzt! die kraft der kälte erhalten alles hat sich zu eisarbeit entwickelt eine cutscene kann gar nichts ok aber da ist jasmin meine letzte wunsch mach mich zum allermächtigsten aller genies was ein luch junge ich glaube sie ist nur onmächtig wir müssen zuerst jafar fassen aber wenn ich trotzdem schon mal zu machen geht die ok also einfach runter jumpen i guess die lampe wir müssen ja fast lampe bekommen ist sonst noch jemandem so heiß ja kann man nicht ständig jetzt so alter ist das was im leben vom vogel mehr als jafar selber man kann aber selber alles eigenes aufheben man kann sich am anderen umfress man kommt jetzt her geht die lampe her scheiß papagei das wird schon immer ungeklatisch bam level up ok jafar zurück in deine lampe kraft der hitze erhalten vorher hat sie zu feurerei weiterentwickelt am zim bericht 1 jasmin 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 Oh je, jetzt muss ich auch noch fliegen. Ich krieg aber Leben. Und Mana. Hupala. Das war eigentlich gar nicht so schwer bisher. Hoppala. Sagt er und kriegt einen Stein auf die Fresse. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Aber es ist halt auch weird. Ich meine, guck mal. Das Ding bewegt gefühlt alles 80% sich selber. Und wie man selber hat, nicht so wirklich grafie Ausweichmöglichkeiten. Oder Lenkmöglichkeiten. Hoppala. Hey, ich war noch... Hey, ich hab das doch gar nicht berührt. Was zum Fick. Man berührt es nicht. Man kriegt trotzdem Schaden. Das ist ja komplett weird. So. Jasmin ist also nicht mehr in Agrabah. Sora, lass dich uns suchen. Und leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht, wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen. Heißt das... Einfisch... Einmischen. Aladdin, wir werden Jasmin finden. Versprochen. Erde an Al. Hallo? Du hast immer noch einen Wunsch frei. Sag einfach das Stichwort. Bitte mich, Jasmin für dich zu finden. Ich, äh... Ich wünsche mir... Dass du frei bist, Genie. Al! Abgemacht ist abgemacht. Du kannst jetzt überall hin. Jetzt bist du dein eigener Meister. Es, äh... Wäre natürlich ganz toll, wenn du mit Sora mitgingst und helfen würdest, Jasmin zu finden. Hm... Tut mir leid, Al. Ich lasse mir von niemandem mehr Befehle geben. Einen, äh... Gefallentum, das ist was anderes. Damit könnten wir es mal versuchen. Schließlich sind wir... Freunde, oder Al? Genie. Überlass das nur mir. Yeah. Dieser schwierige Visier hätte sie sich schnappen können, wenn jemand da gewesen wäre und ihm geholfen hätte. Hey, ich hab' meinen Job getan und die Prinzessin gebracht. Jafar war nicht mehr zu helfen. Sein Hass brach ihm das Genick. Man sollte es niemals zu weit treiben. Hey, 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 halb lang. Ich treib's wie ich will, klar. Übrigens, Kleiner, wir haben hier was ganz Besonderes für dich. Hä? Hatten wir nicht eine Abmachung. Du hilfst uns und wir erfüllen dir deinen Wunsch. Kairi! Geh zu ihr. Dein Schiff wartet. Nur zu erinnern. Das wird keine Kreuzfahrt. Keine Vergnügungsreise. Warum macht ihr das alles für mich? Wo ist der Haken? Haken? Wo der Haken ist? Dummer Junge. Du bist für mich wie ein Sohn. Ich möchte, dass du glücklich bist. Das bezweifle ich stark. Glaub, was du willst. Ich jedenfalls hab' meinen Teil der Abmachung eingehalten. Geenie kann gerufen werden. Hier, nimm das mit. Sora hat Wunderlampe erhalten. Die grüne Triotech erlernt. Sora, bitte finde ich erst mit für mich. Yeah. Das können wir gerne versuchen. Das ganze nicht mehr in der Folge, sondern beim nächsten Mal. Deswegen bis dahin. Olo-Ground-Hanamo. Tschüssi.